Ausstellung von Thomas Walter endet. Noch bis zum Sonntag ist die erfolgreiche Ausstellung Das Bauhaus im Bild, die Fotosammlung Thomas Walter im Dessauer Bauhausgebäude zu sehen. Die international hochkarätige Sammlung von originalen Bauhausfotografien konnte im vergangenen Jahr von der Stiftung Bauhaus Dessau erworben werden und wurde nun erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Die Sammlung Walter vereint 59 Fotografien von 31 Lehrenden und Studierenden des Bauhauses in den Jahren von 1925 bis 1931. Gezeigt werden Szenen des Lebens und des Unterrichts sowie die Bühnenarbeit am Bauhaus Dessau, die Bauhausbauten der Stadt und Bauhausprodukte der Studierenden.